ja mein name ist dann hier und ich begrüße euch zurück zu let's play king nummer 3 und ja ich glaube sich vor der aufnahme machen sollte aber was jetzt einmal bisschen runter weil wir letztens viel zu leise meine stimme gegensatz zu den stimmen geräuschen hier drin und und ja und da ist auch schon warum kann es ja nicht man kann einfach laufen okay musste es und sollte man da hochgehen wenn da nichts ist genau und ja immer noch in der monster g also monstropos meine ich in der welt vom monster g und ich habe schon wieder so viele dinge dafür nicht wahr sei jetzt mit schätzen aus der fähigen und sieben war jetzt war geholt haben vielleicht die beiden noch dann waren wir fünf draus und ja kommen wir mal sieht schon mehr nach finale boss aus oder so ja immer noch kleine gegner wird damit wenn er sei ich war solche dinge ja ausmachen oder was war genau übrigens vielleicht hier die sachen auszumachen mit wasser erfreut mache wasser mit wasser aus the only way to the fire know the only way to heat water is to burn it was you want to what is i have learned in my long life that the only way to defeat deswegen ist du wohnen ich stelle fragen an leute die worte ich mir trotzdem das revolution okay und ob die truhe doch nicht verdammt ja was man immer wieder naja weite im slot gut weil ich so oft items benutzer stolz herzbinder jetzt kommt man das simba zur unterstützung aber kann es königsflammen geht halt nicht ohne simban als beschwörung kommt schon mein letztes mal ein spiel spielbar kakt aber trotzdem schwörung muss schon sein überall explosionen mann wir müssen jetzt wenn ich richtig über diese piste ja es ist perfekt oh danke wir müssen folgen diese piste was? warte einen Moment ich dachte wir gehen direkt auf die dritte die einzige woche die piste führt ist in der kohlenk du sicher hast du eine bessere Idee? nicht mehr warte mike ich finde irgendwie so die weise wie miteinander irgendwie reden finde ich irgendwie interessant die meiste zeit wir machen diesen beste freundin fällt mir da ist auch bestimmt irgendwo kommen vielleicht nicht irgendwie kann ich es dadurch also wir müssen darauf dafür müssen da ein halt ich kann immer zurück ich sag da kann man hoch springen dann wo schon wieder so ein ding dafür habe ich jetzt in morgen weil ich habe sowieso nicht voller ap das alter und er hat dinge auf sich die ganze zeit gespuckt und so fassen wenn sie war meine ich denke nicht geht v donald meteor was hat anstorben wo ist es er ist aber die ganze zeit geschild es ist der dorwald ja yep what i tell you sure nice job so seriously if i didn't know any better i'd say you actually ran the place thanks mikey all right it's not much farther also hat der herz ok anstorben ja noch wirklich entfernt zum gehen und greifen anschließend an kombo abschluss wie bekommen die mehr dinge kommen überhaupt mehr dinge also wenn man hat irgendwie ausrüsten können weil wollte ich es noch mal machen ja ich wollte mir aber wir sollten mal zu high potions wechseln 80 180 naja dann will ich wohl eher high potions haben und ein etat gott weiter geht weiter geht es gott ich glaube die machen ja kein schade macht überhaupt nichts jetzt gar nichts da muss ein grund sein warum wir hier vielleicht noch nicht da habe ich auch kann mit ihm auszeichen verpasst so simba auch geil ich habe meine hand er soll man eine gute beschwörung so gerade aus wenn man davon musik ist habe ich jetzt irgendwie nicht erkannt aber okay ich habe vorher löschen ich nehme man nicht mehr was vor allem blenden okay da kann man ja so und denke dass hier aufspannen sollen aber was gemacht donald eine truhe kann er gar nicht durch okay ja ich glaube unser boss sehr entlang geschnittert okay fragezeichen fragezeichen gut da lassen wir sehen ich habe mein controller einstieg ich glaube wir werden euch herzlich begrüßt betritte foto mission wo deines ks agenten sehe ich glaube ich werde mal wieder aktualisiert zauber wie viele wir jetzt haben den traum den können wir mal fotografieren auf screen wenn ich habe ich vergesse was kann man die hochbahn natürlich hochballern immer und ewig sind es ja irgendwie richtig cooles dingen finde ich aber jetzt ich habe es auch wohl immer noch kein damask direkt speichern weil wer weiß was hier noch alles passiert ich nehme an wir kämpfen gegen boss woher wie kommt er denn darauf was meine ps4 geht voll ab so gespannt hmm hmm everybody look for boo's door oh randall didn't you learn your lesson with that pile of junk fiasco hmm oh i learned a lot oh 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 Ja, oh, please, it's just more junk. Uh. I'm not first. Yeah, put it. Mike, time to reach down and let the scary out. Ah, das klingt um als Wörf, was lieb, was ganz Musik vom Wörf, was lieb, glaube ich. Okay. Oh, ich kann mich gar nicht angreifen. Oh ja. Oh. Komm mal so. Oh. Oh. So, weh. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber... ja der hat ihn jetzt gerade geschluckt also wenn man in der racken schaden jetzt guck mal hier für dich vorbereitet jungs feuer feuer ich dachte ich kann dazu endlich mal machen dann was gar nicht getroffen wir haben aber leider nicht so viel abgezogen ich mir gedacht hätte euer frei warum kommt es jetzt nicht mit mit heroinen an also wir machen uns gar keinen schaden also ich alles raushauen wird schon schaden machen gott hilfe er hat schon ein bisschen in sich habe ich sollte die alle mal ein bisschen kaputt hauen wenn ich sicher sie kommen immer wieder leute ich habe falsches morgen schon gewundert warum kommt hier kein ding ich habe da bringt es nicht weil die immer wieder kommen oder wir haben auf dich los was habe ich mir einfach in die luft gehalten damit war ja ich würde auch nicht getroffen habe ich noch von finisher ja okay naja ehrlich erinnern wir auch schon ein bisschen in sich hält ganz schön viel aus konnte haben fast gar nichts soll immer gleich den hilfscharif versuchen wo ist das aber ja warum ist mehr schaden oder alter ich habe ja nicht davon getroffen wenn man ja von den bossen auf kurz machen nein hilfe ich habe alle platten bringen naja naja diesmal gehen wir dich her jetzt wollte ich davon getroffen und verwandlung da ist ja gerade schon wieder weg das genau wie weil sie nicht von 6 jahren das kippt mal zwei er ist irgendwie zufällig da wie vom linken will war ich kann nicht dazu naja ist immer noch drinnen er möchte andere kontaktfähigkeit einnehmen sollen dieser kontakt tut was geizt abziehen und dann an ist gar kein schaden das ganze firma an ich habe das gemerkt oh oh ja 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 mal gleich ja 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 naja wenn man jetzt ja echt nur auf den nerven mit dem teil dann einfach natürlich wieder ungern jetzt hier noch fragen weil der kampf ganz schön lange dauert habe ich nicht unterlevelt da kann es sein eigentlich habe ich schon leicht tot um ausgezeichnet und wieder haben wir gelernt das war ja schon immer im blauen schwanz alles klar All right, and in you go. There's no place for you here anymore, Randall. Now we're in the business of making children laugh. You think it's funny? Hilarious! The more that you whine, the funnier it gets. Enjoy your extended vacation. You clowns are going to be sorry. When I find my way back, and I finally take over this place. Ah, yeah. In so'n Wohnwagen untergeschickt, ne? Wunderbar, wenn jemand verprügelt. And now we just need to do one last thing. Hang on. I have a way to lock him out. Und deswegen wechseln ich mal zum Königsanhänger. In welcher Katze. Irgendwie ein Throwback zu Kindermals 1. Aber ja, die Musik und also hat gehört. Er hat den Laser geschossen. Noch mal ein Schlüsselloch. Sehr gut. Und da, dann stelle ich das. Oh, oh. Okay, Boo. Time to go home. You must be tuckered out. We'll play together real soon. habe ich vor lebensgefährliche aber ich sage ja nächste monster die kunderte weiß mir mal stimme los war okay Na, aber so ein Unruhstifter. We haven't ever met in the flesh. I am Vanitas. This is the part where you spout some mumbo-jumbo and disappear, right? This whole world was powered by scream. They converted the screams of human children into energy. And this very company was what made it all happen. It's as rich a source of negative emotion as we'll ever find. For the last time, we already stopped doing that! Did you? Then how do you explain all these canisters of surplus scream? This facility was everything I could hope for. And I was lucky enough to find a pawn whose heart was darkened by thoughts of revenge. You mean Randall. All Randall ever cared about was winning. And this guy took advantage of that weakness. My heart is made of just one thing. And the Unversed collected enough screams and sadness from those children to reconstruct it. Yeah. And the whole time they were trashing our company in the process! But even with all this negative emotion, my heart is still incomplete. I'm not sure how to react. You need something to do something. You need something to do something. If he sees. Oh, er wußelt nicht. Oh, er wußelt nicht? You insignificant speck What are you talking about? Oh, you were little When you were little You formed a special bond With a boy named Ventus Who joined with your heart Is he saying that one of the missing Keyblade wielders is inside Sora's heart? How is that possible? Now You will return Ventus to me Donald, Goofy I don't believe that this will come to a fight Ventus was unable to defeat Vanitas They struck each other down And then the king said that Ventus' heart Never returned to him Stay out of this Oh man Join your heart With mine Great to look What? Let me go Over here, Zoe Clever Clever Fangen in ein Türen Fangen in noch ein Türen Ganz auch so wurde mit einer Hauptbesuchten aus Dürfbar sleep Einfach so We never would have managed to get blue this far If you were to help And finally we found her door Boo I know how excited you were to come play with Mike and Sully Sorry we dragged you into this What's that? You didn't scare me with that face Hey, you are way scarier It's okay, Boo Time to go We'll catch up soon kid Mike was asking No, that's Donald Oh, who? Mike Wazowski! Better. I'll see you, kid. Boo! So long! Okay. We are finished. Any chance that we can drop by again? The door's always open. And maybe Boo can join us. Yeah. Bye! For the record, I still get the most laughs! Happy exterminating! Thank you! Okay. Monstropole ist abgeschlossen. Und froh klinge, Herr Schlüssel, mit Fuß auf Angriff, Formänderung, flinke Krallen, Doppel, Jojo, was ich auch hab. Ich hab ja die Deluxe, ich hab mein Kopf nach oben geneigt. So arrogant. Hm. Egal. Kommt noch eine Katze, dann wär's richtig gut, weil der Part noch sehr kurz. Im Vergleich zu den anderen. Und dann wär's richtig gut. Hm. We should go to the realm of darkness. Yeah. Yeah. You can't go there, until you get the power of waking. Einfach so spontan. We have to do something. If we don't act, the organization's gonna win. Sora, do you even know how to get to the realm of darkness? Oh yeah. Well, Riku and the King do. Wuhh. 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 Und? Okay. Drei? Roxas, Ventus... Da wäre ein krasser Plot. Du bist irgendwie... Oder Schion, könnte Schion sein, ne? Ventus? Weil den Rest des Lebens schon... Der andere muss sein, Ventus! Du kannst ihn nicht wissen, wenn du sie sagst! Na ja, das ist alles, was wir gehen müssen. Zora, du weißt, wer der dritte könnte sein? Uh-uh. Das ist alles, ich kann nicht sagen! Hey, das ist nicht verraten! Okay, wer ist der dritte? Der dritte Kairi? Da bin ich ganz blöd und das ist irgendwie voll offensichtlich. Und ich denke jetzt gerade nicht darüber nach. Ah! Sehr, 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 sehr. Die ganze Zeit scheint so drin gewesen. Ja, und wir sind jetzt wieder hier. Tell me, will you stay here? Oh! I can't shake the feeling, that these waters touch another shore I visited. Aber letztens aufgehört mehr oder weniger. Oh! Oh, bist du von ihnen? Oh! 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 Gewitter! Da! Oh! Oh! Herr Erzä? Ich bin imourer. ja aber wir wissen ja schon was passiert also ich weiß was passiert weil ich schon Trailer gesehen up oh ja you and some master I must have a word with you master so now you mock me do you recall those experiments of the heart you bade me cease among the test subjects was a girl she had lost her memory just as I had but you can reconstruct memories you did with Sora I believe you have seen the girls memories what is your question where did you put the girl what girl very well if you won't tell me here you should go a lost guardian of light hmm you wait here for the king and his ich bin der aqua okay dann werden wir sie nicht spielen oder der zauber ein poor thing I mustn't leave you with nothing oh 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 ja das ist nicht gut das ist ja nicht in so einem cliffhanger hängen jetzt heute karte noch ein anruf oh nein Nein, nein, ich will nicht. Wo könnte er einen Teer haben? Ich weiß nicht. Wenn du einen Teer haben würdest, würdest du es in dem besten Restaurant, das du finden könnt? Oh, natürlich. Was ist das Bistro? Ja, wir gehen nach Twilight Town und sehen, ob Merlin dort ist. Jetzt oder? Doch erstmal die nächste Welt machen, glaube ich. Also kochen wollte ich so oder so noch in diesem Part. Ja, da ist aber 26. 24. Ja, gehen wir als nächstes erstmal daheim. Vorher gehen wir noch hier ein bisschen kochen. Wir haben bestimmt Sachen, die wir kochen können. Gerade. Ja. Ein bisschen mehr Story haben wir gerade gesehen. Sehr gut. Interessant. Also bekommen wir gar nicht machen. Dreck. Ja. Keine Kopfscheine. Er ist gefährlich, Gericht zu haben. Da ist man weiß, wie es geht. Sagt er und dann fehlt er sofort. Was mache ich nur mit dir? Ich nehme nur noch eine Chance jetzt wieder. Ja, das gibt es doch jetzt einfach nicht mal. Sorry. Na. Ja. Na. 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 geschaffen noch mehr können wir eigentlich gar nicht machen kann also wir sind doof ich tue soviel hier auf screen immer sammeln wem alt mit dem partier beenden wir können auch ein paar mini spielen hier machen glaube ich focus converter hier wissen wir das ding hat ja aus allen fokus kohlen großfokus krass ja komm ich froh mehr ein paar aqua sieht man jetzt hier wo wir die nicht gesehen haben man das der echten organisation 13 anzimmer der weise wissen die dritte personen so was herzen greift von wehn hat hier anzimmer geredet da sind schon alle gegner ok ich bin auch wieder ganz doof aber ich nehme an das war kairi hat sie ihre erinnerung verloren oder schien ich weiß nicht da habe ich mir erst mal ein paar dinger die schlacht weil die schocken auf und zur entsprechenden seite zu schlägt damit mich jetzt gleich zu seiner seite läuft ok so ein interessanteres spiel ja jetzt glaube ich ein bisschen besser ja das spiel sind irgendwie so komisch wollte ich wie so ein bisschen reaktion und so ich kann eigentlich spämen warum wollen wir jetzt gefangen genommen und da war doch immer da passiert ist wir haben alle helme auf wie kann ich die bau treffen damit oder kaputt und dann muss ich das ja noch machen ich weiß nicht wann da ein ding ist hallo die freche kalorie fangen alle entflogenen kanarienvögel ein es ist relativ einfach hat sie das schon als abgeschlossen campingfreude sie an fliegen und mücken aus wird gestochen soll zwei mücken unter den anderen teils erreichen zu zweimal treffen quasi kleinen ok das eigentlich nur links hier wenn man das noch mal habe ich schnell noch wird die sache so langsam ist und bleibt die ganze zeit so langsam dann weiß nicht irgendwie den spaß weg so meiner meinung nach aber ich sage nichts auch mann mal das spiel abgeschlossen habe er ist immer die frage bleibt er immer wieder da irgendwann das war ja noch space und weder komm her nein das bleibt auch noch keine ahnung jetzt wissen da muss ich einmal getroffen werden oder so kann vielleicht sein was trefft mich mal trifft mich trifft mich ja mann ich muss das spiel für unsere abschließen einmal dann fängt er wieder von neu an ja da kann ich mich schon nicht treffen sie dann als abgeschlossen immer ein golfspiel jetzt aber noch geheißen anzeige löcher ausgehen und schließen ja dann wird schon irgendwie so das hat noch da ist schotter jetzt habe ich getroffen alle green so einfach jetzt jetzt aber obwohl ich glaube da darf ich nicht rein naja was was da gut man was soll ich jetzt vorbeischieße alle grünen war nun naja gibt es jetzt einfach nicht so okay ich dachte er wäre jetzt im weg neister schotter schuss bei der bülle geht nicht auf den weg aber durch ihn durch geschossen und rein da also hier muss ich einmal aufrecken und dann war es dann würde ich sagen das war es wie diese folge jetzt folge sehen wir uns dann wieder wenn ich alle truhen und glücksem leben nachgereicht habe und da machen wir weiter und besuchen die nächste welt und dann gehen wir nach twilight so gut alles klar finde ich gut hat ja zustimmt ich bedanke mich als zuschauer und sage tschüss bis zum nächsten fanget Let's see. Yes! Let's see. Let's see. Let's see. Got it! Let's see. Oh, boy! Let's find some more! Let's see. Zora, look! Let's see. Let's see. Let's see. Say scream! Let's see. Oh, boy! Let's find some more! Let's see. 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 Das war's für heute. Let's see.